Kreise Reising Key, Martina Reising, auf Position 1 unterwegs, mit der Startnummer auf 3, der Handelskanzler ist ab. 788, Martin Aufstattung. So ist es eben hoch, die sind angeschoben bei der 80. Klasse im dritten Lauf. Neustart in diesem Durchgang, nachdem man in der Schikane sich überschlagen hat. Dann kann Hannes die Führung übernehmen. APK Racing auf Platz 9 unterwegs. Die Nase ist auf der Tor. 788, Martin Aufstattung. Auf Position 1 unterwegs, Hannes Kasten hat die Nase vor. Startnummer 317 ist vorne. 200 Klasse, Martin Aufstattung. Martin Aufstattung. Auf den Reich. 788, Alexander Kilian. Hier. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. Vielen Dank.